Eine Runde League of Luggins. Wir sind immer noch in der Promo. Es tut mir auch leid, dass die letzte Woche keine Videos kamen. Ich hatte enorme Probleme mit dem PC. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, dass die Qualität von der Elgato gut auf YouTube rüberkommt. Ja, muss dann noch dran fallen. Aber scheißegal, wir machen jetzt einfach mal mit den nächsten Videos weiter. Das wollte ich nochmal vorher sagen. Es werden wieder regelmäßig jetzt Videos kommen. Aber ob ich jetzt mit der Elgato viele Videos aufnehme, weiß ich noch nicht so ganz. Also ich werde, glaube ich, eher jetzt tendieren Richtung PC. Wenn mit der Elgato Videos kommen, werde ich das ohne Facecam machen. Weil man sieht es ja in den alten Videos, dass die Facecam einfach absolut verpixelt. Obwohl die Videos auf meinem PC übelst gut aussehen. Aber so ist es halt. So ist es halt. Da machst du nichts. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und wie ich schon im letzten Video sagte. Ich habe also die Promo-Games, die ich gerade momentan habe. Aber wie gesagt, alle Games von League of Legends werde ich immer aufnehmen. Das heißt, wir sind immer noch in der Promo-Phase. Müsste, warte mal. Jo, das müsste mein, ups, gab es einen kleinen Leck. Müsste mein letztes Spiel sein. Also das müsste ich jetzt eigentlich gewinnen. Sonst habe ich ein Problem. Also ich habe glaube noch eine Chance danach. Eine Chance? Ja, ich müsste danach noch eine Chance haben. Aber schöner wäre es, wenn ich das Spiel jetzt gewinne. Ja, ich will hier nur mal ein bisschen gucken. Es kann ja sein, dass die reinkommen, reinlunsen. Und deshalb stehe ich gerade hier so. Ich würde mich auf die 1 machen. Kaiserschmarrn auf die 2. Naja, ich glaube Lux. Logischerweise. Ja, 6 ist Mitte. Und Lux wird uns einen abluchsen. So. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, Alter. Ich bin nicht dumm, ey. Ich verstehe ja schon das Spiel ein bisschen. Also. Wieso ist das eigentlich meine Maus? So fucking hardcore langsam. So, stellen wir die mal auf Blue ein. Ja, okay. Jetzt ein bisschen schneller. Ja. Wie ich habe gesagt. Mit der Kaiserschmarrn zusammen auf der Botlane. Ich denke mal, das kann was werden. Wenn sie jetzt mitkommt. Ja, sie kommt mit. Wunderbar. Ja, gegen Ezreal und Lux. Wir dürfen uns von der Lux halt nicht stunnen lassen. Das hat nicht voll Sinn, ne? Dann sind wir halt gestunnt. Die kleine alte Bitch hier. Aua, Mann, jetzt tut doch weh. Ich bin doch erst 14, Mann. Lass mich noch in Ruhe. So. Ja, erstmal auf Level 2 auf alle Fälle warten. Dann werde ich den ersten Engage wagen. Aua. Ob sie es... Ich hoffe, Kaiserschmarrn macht da mit. Muss ja immer gucken, so wie mein ADC mitspielt. Ne, man hat ja hier und da mal andere ADCs, die ein bisschen, sagen wir mal, gediebner spielen. Aber sind sie mit mir leider falsch. Da ich ein bisschen aggressiver bin, werde ich das auch gleich zeigen, demonstrieren. Ja, komm. Attacke. Jawohl. Das war richtig dumm jetzt von mir, ne? So ein bisschen zumindest. Ähm. Ich finde, dass der Kaiserschmarrn, ich finde das ja richtig geil, dass du dem Wolf hinterherläufst. Aber, äh. Ja, gut. War jetzt auch nicht schlau von mir, muss ich dazu jetzt auch sagen, weil ich darauf jetzt nüll geachtet habe. Einfach scheiße, aber dass die lieber, äh, den Wolf hinterherläuft, war jetzt, äh. Jetzt fängt das Gefläme an. Ach, Alter, ich hasse solche zwölfjährigen Kiddies, ey. Ohne Scheiß, ich hasse solche zwölfjährigen Kiddies. Wieso bin ich denn jetzt schlecht, wenn die die Lane, äh, verlässt und lieber, äh, scheiß Wolf hinterherläuft, oder scheiß Katze hinterherläuft? Warwick ist ja eher ein Wolf. Ich denke, er ist ja eine übelst große hessische Kackkatze. Wieso bin ich denn jetzt schlechter? Auf alle Fälle, das macht richtig Sinn. Auch den Dicken. Ich weiß selber, dass ich den Dicken brauche, Mensch. Ist es aber auch, ehrlich gesagt, nie so meine Runde. Man sieht's, ich lasse mich gerade extrem von den Minions attackieren, was jetzt ziemlich dumm von mir war. Aber ja, das kriegt man, kriegt man schon irgendwie wieder geregelt. Das ist halt doof jetzt, dass die jetzt, äh, eigentlich einen Free Kill bekommen haben. Wie gesagt, das war auch meine Schuld. Oh gut, Kaiserschmann, wie ich schon gesagt habe, wollte lieber, der Katze hinterher, ne? Die hatte andere Prioritäten. Ja gut, ne? Das müssen wir jetzt wieder irgendwie auskurieren. Alle kommen jetzt erstmal, okay, die haben hier einen Watch, denn... Ja, ich kann mit Kaiserschmann jetzt nicht wirklich rein, weil... Das kommt Leben. Äh, nie gut, ne? Wenn man kein Leben hat. Hohoho, hohoho, hohoho. Ja, gerade die große Frage, ne? Was machen wir jetzt am besten? Ja, Twitch, äh... Kommt jetzt auch noch YouTube-Runde auf unsere Lehne? Also... Äff... Wir haben die Lehne jetzt halt ein bisschen zu krass. Gepusht, ne? Um jetzt mal was hier zu machen, die hauen direkt ab. Immer, und immer, und immer, immer, und immer. Och, die alte geht mir richtig auf den Sack. Ist bestimmt Smurf, auf alle Fälle. Deshalb ist sie in meiner Kartoffel-Elo. Ja, aber ist die nämlich der Pro und ich der absolute Anfänger, weil die nämlich das Spiel kann. Weiß nämlich, wie es geht. Und wir haben wieder ein Timo im Spiel, ist mir gerade aufgefallen. Wie wird denn der jetzt wieder so oft gespielt? Üppsel Lappen. Ich glaube, jetzt in jeder Aufnahme hatte ich ein Timo auf der Top-Lean. Und der war immer in meinem Team. Ach, Alter. Ja, es kann nervig werden. Der Typ wird öfters nur bei uns vorbeischauen. Warum auch immer. Ich hätte eigentlich jetzt die Lux snacken können. Die kleine, die gierige. Die hätte sich auf alle Fälle gefreut. Einmal was langes, äh, eigentlich mal wieder was langes, hartes abbekommen hätte. Aber, die Lux ist mir ein bisschen zu passiv. Steht ein bisschen weit hinten als Supporter. Ein bisschen nervig gerade. Ja, gut. Machen wir erstmal eine chillige Länge hier unten. Geht ja gerade nicht anders. Ich trau mich halt nie rein. Ja, ich laufe natürlich rein. Ja, das ist halt der Damage von den beiden. Der ist halt so abgefuckt nervig. Ey, die Katze ist halt schon wieder hier. Ey, was ist denn das für ein Scheiß, ey. Ja, fick mich hart in meinen Anus. Jo, ist klar, Alter. Oh, wenn die Katze jetzt die ganze Zeit auf der Botlampe bleibt, ey, da hab ich den Faxen dicke. Äh, ich reporte die alte Kleine, ey. Ich komm zu der nach Hause und hau der so derbe in die Fresse. Ey, ohne Scheiß hätte die Katze nicht mich fokussiert. Sondern, äh, die Kaiserschmarrn, wäre die jetzt gestorben. Ich hasse solche Menschen. Ich hasse solche Menschen. Ohne Mist. Die überhaupt existieren dürfen. Die Miner Elo meint hier, äh, die ist voll der Pro-Gamer. Was macht die eigentlich? Ach so. Ich dachte, die hatte, glaube ich, gerade ein Leck oder irgendwas so in der Art. Aber was ich auf alle Fälle machen werde. Ähm, ich denke mal danach, weil das wird ein Loose, zumindest ein sehr dicker Loose auf der... Äh, boah, Alter. Gerade so kacke, Alter. Der macht halt so einen enorm heftigen Damage. Ich kann halt nix machen. Ich kann auch nicht mal mal Warden gehen, ey. Nervig. Ach, Mensch, ist das nervig. Wir brauchen auf alle Fälle Twitch. Wir brauchen auf alle Fälle Twitch. Unsere Lane. Sonst wird das hier nix. Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch einfach nicht wahr sein, was die für ein Damage rausknüppeln. Jetzt können wir wieder auf unsere Lane nix machen. Weil wir beide kein Leben mehr haben. Gut, die hat ihre Uli verkackt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ezreal hat keine Uli mehr. Die hat auch keine Uli mehr. Trotzdem können wir nix mehr machen. Ach, Alter. Jo, Alter. Flecht dich von meiner Uli raus. Oh. Kackvieh, Alter. Flecht dich von meiner behinderten Kack-Uli raus. Ja, aber machst du richtig so. Boah. Mann, ja, immerhin haben wir beide. Immerhin haben wir beide. So, ich snick mir mal kurz zu leben, obwohl ich glaube, doch gleich lieber weggehen werde. Aber egal. First Break. Wir haben zwei Kills wieder geholt. Zwei Kills wieder gut gemacht. Das war vor allem auch das Wichtigste. Das ein kleiner Ausgleich wieder auf unserer Lehn ist. So, jetzt haben wir einen Break-Onner bekommen und ich werde jetzt Back machen. Oh Gott, die alte macht auch Back. Unser Pro-Gamer-Ediz-E. Der lieber andere flamend, anstatt seine eigenen Fehler einzusehen. Magieresistenz wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Ein bisschen mehr Sinn jetzt momentan machen. Vor allem, weil die Lux, glaube ich, mir am meisten Damage gerade drückt. Wie sieht es hier aus? Ja, okay. Ich hoffe, dann verstehe ich nicht, wieso jeder Volltrottel momentan auf der Top-Lane gerade hier irgendwie Timo spielt. Oh, die letzte Season war irgendwie cool. Da gab es kein Timo mehr. Also, gab es schon noch, aber hast du halt nirgendwo gesehen, ne? Pissig, du hässliche Bitch, ey. Du genauso, komm her, ey. Komm her. So, Katze ist mir feistiger. Komm her, du Pff. Das ist ein Takti, Alter. Meine Herren, ey. Endlich, endlich geht's so auf der Botlin, wie ich das gerne hätte. Mein, nee. So, das öhrliche Flame ist von der Kaiserschmalung. Zum Glück hoffe ich jetzt endlich mal vorbei. Jo, ich bin tot. Na gut, war nur von Tower. Ist okay. Das kommt, irgendwas kommt jetzt von der wieder. 100%ig, irgendwas wird jetzt gleich von der wieder kommen. Hey, Una, du bist so scheiße. Du wurdest von Tower getötet. Lern mal das Spiel. So. Das werde ich mir auch mal holen. Und, okay, auch von Turm. Ist okay. Ja, Toplin scheint schon mal besser zu laufen, als die Botlin. Also, Botlin ist momentan so wirklich ein übelst krasses Hin und Her. Obwohl, die steht schon 3-0, ne. Also, man kann jetzt nie meckern. Die steht wirklich schon 3-0. Gar nicht mal so schlecht, aber die Katze kommt wieder bei uns in die Nähe. Ja, ich hab's gerade vernommen. Die Katze geht mir echt auf den Sack. Ey, der Renker, ey, Heidewitzker. Normalerweise müssen wir jetzt auch ein bisschen passiver spielen, weil wenn wir schon wissen, dass die Katze immer in der Nähe ist. Vielleicht will die einfach nur Katzenfutter oder so haben. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht will die einfach nur Katzenfutter haben. Vielleicht will die ja gar nichts von uns. Okay, nix getroffen. Uldi ist auch raus, obwohl das bei Lux eh kaum unterschiedbar ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell die Uldi wieder hat. Ist schon ein bisschen länger her. Ui! Okay, jetzt muss sie weg. Jetzt muss Kaiserschmarrn, aber sowas von weg. Ja, Six kommt auch runter. Ja, Kaiserschmarrn, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen, du Idiot. Alter. Jetzt bin ich schon wieder dran schuld. Die läuft in die verfickte Uldi rein. Und ich bin dran schuld. Sie läuft in die Uldi rein und ich bin dran schuld, dass sie gestorben ist. Ach nee, es war einer der Gründe, wieso ich absolut keinen Bock mehr auf League of Legends hatte, weil die Community kannst du sowas von in die Tonne hauen. Ich finde es ja immer am geilsten, die Community meiner Elo. Das ist immer die geilste Community EUIA West. Die geilste Community ever. Wirklich die geilste Community ever. Ich muss jetzt auch mal von mir sein. Ich muss auch mal ein bisschen flamen. Ich schreibe gar nichts mehr zu der. Ich schreibe einfach, ich ignoriere die einfach. Ich weiß, kann die auch Newton, aber... Also ich bin jetzt dran schuld, weil ich war gerade nur in der Base und die ist reingerannt. Das war meine Schuld, dass sie gestorben ist. Ja, ich war ja vorhin auch dran schuld, dass die in die Uldi von Six reingelaufen ist. Das war ja auch meine Schuld. Ja, reportet mich ruhig. Also ich kann damit leben, du. Ich habe noch ein Relive. Ah, sind das nervige Menschen, ey. Ohne Scheiße, dass solche Menschen überhaupt leben dürfen, das ist eigentlich schon dreist. In meinen Augen. 100%ig bin ich gleich wieder schuld. 100%ig. Es wird dazu kommen, dass ich gleich wieder schuld bin. Ja, kann ich nichts machen. Tut mir leid. Jetzt kommt's. Und jetzt bin ich wieder dran schuld, dass alle gestorben sind. Und? Ja. War so klar. Das war so klar, dass ich wieder dran schuld bin. Das sind so Momente, da würde ich zu solchen Leuten nach Hause gehen. Ja gut, das sind meistens eh 14- und 15-Jährige. Also die machen halt das. Das ist die Community. Das ist heutzutage wirklich die beschissene Community in jedem verfickten Game. Egal, was du spielst. Momentan spiele ich sehr, sehr aktiv Apex. Bin auch relativ gut. Also wenn ich am Tag meine 10 Runden mache, mache meine 3-4 Wins. Also wirklich relativ gut. Da hast du aber auch sehr, sehr oft mal so Leute, die laufen alleine irgendwo lang. Also wirklich komplett alleine, weil die denken hier, die können einen auf DZ machen oder einen auf Ninja. Die schaffen ein Dreier-Team oder meistens sind sie auch mal mehr, ne? Wenn die Dreier-Teams sich fighten, sind es logischerweise dann 6. Fighten dann meistens die 6 Leute alleine, sterben, wissen aber, dass sie übelst weit von ihnen entfernt sind, geben dir dann aber die Schuld. Obwohl die alle Solo gemacht haben, die ganze Zeit. Die sind nicht mit dem Team zusammengelaufen und flame dich wie sonst was. Wieso warst du neben meiner Nähe? Was soll denn das? Und das geht mir so auf den Sack momentan. Da kriege ich so einheitlich, weil ich wirklich so aggressiv bin. Also in Apex sieht man das. Ich verstehe, also ich hätte in Apex gerne auch momentan einen Solo-Modus oder einen Doom-Modus. Solo-Modus ist schwer wegen den verschiedenen Spezialfähigkeiten. Deshalb versuchen viele halt Solo, aber wie schon gesagt, ein Level 27er, der null killt mit Level 27, versucht er ihn auf Solo und flamet dann das Team. Ist das jetzt auch meine Schuld wieder? Dann werde ich wieder geflamt, hundertprozentig. Hundertprozentig, jetzt kommt noch was? Ja, komm. Timo, ich bin noch dran schuld, oder? Hundertprozentig, Timo, ich bin dran schuld, komm. Juckt alles hier. Nee, okay, ich bin diesmal nicht dran schuld. Ich dachte, jetzt kommt was von Timo, von wegen Scheiß-Supporter. Hätte er sein können. Wie sieht es aus mit... Ja, ja. 3, 2. Wie schon gesagt, das ist auch absolut nicht meine beste Runde. Ich bin absolut scheiße hier in dem Spiel. Ich habe in Irlig schon fucking viele Fehler gemacht. Aber, dass ich wirklich an allen dran schuld bin, selbst an den dritten Weltkrieg, das ist was, ey. Das kotzt mich einfach nur an. Und wenn jetzt gleich unten die Kaiser schmarrn, stirbt, bin ich wieder dran schuld. Hundertprozentig, wenn die Flecke angegriffen wird. Aber finde ich echt schön, dass er weiß, dass... Meine, jetzt bin ich bin eh wieder dran schuld. Ähm. Ach man, ey. Naja, gut. Ich sag dazu gar nichts mehr. Wie schon gesagt, ich werde das Spiel einfach so hochladen. Ähm. Und gut, ist. Äh, ich bin jetzt... Ich bin dran schuld, wenn die stirbt. Hundertprozentig. Oh, vielleicht ist es mal Twitch dran schuld. Vielleicht ist Twitch mal dran schuld. Mal gucken. Wäre sehr witzig, wenn jetzt Twitch dran schuld wäre. Würde mich mal freuen. Vielleicht ist es, äh, mal gucken. Vielleicht kriegt er, äh, äh... Ah, jetzt ist das ganze Team okay. Achso, ja. War so klar, dass jetzt alle dran schuld sind. War so klar. Krieg ich den halt so, den Wichser. Ist mir scheißegal. Wenn er abhauen will. Okay, wir sollten jetzt doch langsam mal in die Mitte machen. Timo. Äh, da wir die Mitte jetzt mal ein bisschen treffen sollen. Aber, wie schon gesagt, falls sie mit dir jetzt fällt, bin ich dran schuld. Jawohl, Timo könnte jetzt noch ein bisschen backdownen. Zumindest ein bisschen... Oh, fuck. So. Äh, ist ja gerade wieder einer von uns gestorben. Oh, ne, doch nie, oder? Ah, wo ist er? Ah, aber dafür bedankt sich jetzt keiner, dass ich jetzt geholfen habe, ne? Wenigstens lieber Flame oder sowas. Aber, dass ich bei den Teamfights jetzt ordentlich am Ende mitmache. Pfff, nee, ach, Quatsch. Lieber Flame. Weil die Kaiser. Kaiser Media Konzert. Die ist ja am allerschlimmsten hier, die alte. Ja, wie schon gesagt, das sind, äh, es wurde unter Mensch, äh, 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 ich stürze gleich wieder. 100% ich stürze gleich wieder. Äh, das Wort Untermensch hasse ich für die Pest und es gibt keine Untermenschen. Ähm, weil es ist für mich auch kein Untermensch, falls jetzt jemand das in den Kommentaren schreibt, ob er mich als Untermensch bezeichnet, kann ja auch sein, wie schon gesagt, kann ja sein, dass ich an allem, an das ganze Spiel gerade dran schuld bin. Äh, aber es sind für mich trotzdem bescheuerte Menschen, irgendwie, ich weiß nicht. Unbegreiflich, ich weiß nicht, was ich da drauf antworten soll. Ich würde mal echt wissen, ganz ehrlich, ähm, wie die Kaiser, was die, wie die jetzt so in den letzten Spielen so, äh, abgeschnitten hat. Hä, scheint ja übelster Profi zu sein, die scheint ja mega gut zu sein, scheint der beste Spieler EU-Best zu sein, die spielt 100% auch in der ASL mit dabei, in irgendein Team. Ähm, äh, da muss die ja eigentlich die letzten Spiele fast alle nur gewonnen haben, oder zumindest eine übelst gute KD gemacht haben, mit guten Farmen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es für die 22. Minute kein guter Farmen ist. Ich weiß es gar nicht mehr, wie schon gesagt, ich habe das Spiel sehr, sehr lange nie mal gespielt. Ja gut, die campen hier. Äh, 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 hier mit der Karte die beste Taktik mit, die man fahren kann, ne? Aber, ich sehe ganz schwarz gerade. Ganz, 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 ganz schwarz. Obwohl, könnte doch noch was werden. Naja, scheiße, doch nicht. Der Turm ist doch noch da, und trotzdem verkacken wir unter dem Tower. Egal, einen Klammer bekommen. S.U.L. habe ich noch nie mal angehört, angeblich, also ich kriege noch nie mal davon Assist. Naja, was machen wir jetzt, ne? Also, es wird ein relativ, ist, 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 ist auf alle Fälle eine Winnebill. Also, auf alle Fälle, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen zusammenreißen und vor allem jetzt endlich mal ein Team interagieren und uns nie gegenseitig flähen würden, äh, gibt es echt noch eine reelle Chance. Aber, das sehe ich bei meinem Team gerade halt momentan nicht. Die Kackwürste streiten ja lieber hier. Ne, ne, ich finde das voll scheiße. Also, ich weiß, Leona hast einen Fehler gemacht. Ich renne aber lieber, äh, Renektron hinterher. Äh, Renektron. Rengor, äh, Rengor hinterher, finde ich viel geiler. Und dann schiebe ich das auf Leona, dass Leona scheiße ist. Das ist nämlich meine Idee. Das mache ich. Ich sterbe in der Mitte. Ne, Moment. Ich lasse mich von Six treffen, von der Oldie. Leona ist dran schuld. Also, was war denn noch hier? Genau, wo die hier alleine gegen drei gefeiert haben. Und da war ich noch in der Base. Das hat man gesehen. Ich war noch in der Base. Hui. Ach, ne. Da war ich ja auch dran schuld. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur noch ein Death in der Base sein? Das geht gar nicht. Also, unbegreiflich sowas. Das ist unbegreiflich, wie ich einfach nach dem Death in der Base sein kann. Da kriege ich echt, also... Ne, da kriege ich echt Akzession bei sowas. Das geht einfach nicht. Man kann nicht nach dem Death in der Base sein. Da verstehe ich aber auch Kaiser Mania Konzert. Verstehe ich aber auch. Also, dass ich halt dran schuld war. Das macht enorm viel Sinn. Es wird nix mehr. Da war vielleicht auch scheiße von mir ein bisschen gespielt. Ich hab's versucht. Zumindest ein bisschen rauszunehmen, weil die Lux dann doch ein bisschen mehr Damage macht. Also zumindest ein bisschen zu Stun und Fieber vor. Aber ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Ich glaube, das Spiel ist jetzt schon vorbei. Ne, gut. Ein Spiel habe ich, glaube, noch offen. Also, muss ich jetzt aber gewinnen, natürlich. Da machst du nix, ne? Da machst du einfach nix. Das war halt in Early, klar. Das war auch auf alle Fälle... Meine Schuld, sag ich jetzt mal. Ich hab in Early viel Kacke gemacht. Aber, ähm, ja. Ich war nie in allen Schuld. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Lasst Feedback da, lasst ein Dislike da, lasst ein Like da. Aber, ähm, und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.